Hallo, passend zu Weihnachten habe ich heute die überraschenden Bücher des vergangenen Jahres für euch. Als erstes wollte ich euch frohe Weihnachten wünschen, heute jetzt erstmal mit einem angenehmen und besinnlichen Heiligabend und dann mit ruhigen und vor allen Dingen gesunden weiteren Feiertagen und dann einem guten Rutsch in das neue Jahr. Ja, ich habe passend zum Geschenke auspacken heute mir überlegt, dass ich mit euch über die Bücher sprechen will, die mich im vergangenen Jahr überrascht haben. Also das sind nicht zwingend Jahreshighlights, aber das sind solche Bücher, die deutlich besser ausgefallen sind, als ich sie erwartet hatte und dieses Video heute gehört natürlich in die Reihe der vielen Videos, die ich im Dezember poste, wo es um das vergangene Lesejahr geht. Ich habe die alle in einer Playlist zusammengefasst, wenn ihr euch also für enttäuschende Bücher interessiert oder für Bücher, die ich eigentlich lesen wollte oder die schönsten Cover oder so, dann könnt ihr euch gerne mal durch die Playlist klicken, die ich euch oben verlinkt habe. Heute geht es eben um überraschende Bücher und ich werde jetzt nicht im Detail super viel über das Buch erzählen, sondern euch nur kurz benennen, was meine Erwartungshaltung war und inwieweit das Buch das übertroffen hat. Mich würde natürlich auch interessieren, welche Bücher euch überrascht haben. Sind das dann automatisch auch Jahreshighlights oder gibt es Bücher, die vielleicht ein bisschen geschwächelt haben oder dann nichts herausragend Besonderes waren, aber trotzdem euch positiv überrascht haben? Das könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Und jetzt geht es mit meinen überraschenden Büchern aus dem vergangenen Lesejahr los. Als erstes wollte ich euch Untiefen von Gina Kamal nennen. Das ist ein Krimi, eher Thriller würde ich sagen, der sich um die Assistentin eines Privatdetektivs, Nora Watts, dreht. Und ja, ich hatte einen klassischen Detektiv-Krimi erwartet. Im Klappentext wird schon sehr deutlich, dass die Nora als Protagonistin ziemlich kaputt ist. Das interessiert mich. Ich mag solche gebrochenen Figuren, aber es hat ja oft auch irgendwie so ein bisschen das Potenzial, stereotypisch zu sein. Das ist dann jemand, der völlig zerstört ist und ja, sehr schwermütig ist. Von daher, mit der Erwartungshaltung war ich da reingegangen. Und die Nora Watts erfährt, dass eine Jugendliche verschwunden ist. Und sie realisiert dann, dass dieses Mädchen das Kind ist, was Nora selbst vor 15 Jahren zur Adoption freigegeben hat. Ich werde in dieser Reihe definitiv weiterlesen. Ich war nämlich total positiv überrascht. Ich habe dann vier Sterne vergeben. Also es ist kein perfektes Buch, aber es ist deutlich besser, als ich das erwartet hatte. Ich hätte mich auch mit drei Sternen oder 3,5 völlig zufrieden gegeben. Ich fand sehr, sehr überzeugend, wie Nora als Figur aufgezogen ist, dass sie auf der einen Seite wirklich so kaputt ist. Sie hat Trauma erlebt, sie hat Gewalt erlebt, sie hat ein schweres Leben hinter sich und findet sich im Alltag wirklich nur so gerade zurecht, also ist so gerade überlebensfähig und ist teilweise brutal und gnadenlos und beziehungsunfähig und wie auch immer. Und dann gibt es aber Momente, in denen sie auch ganz anders ist, in denen sie hilfebedürftig gezeigt wird, in denen sie zum Beispiel Musik sehr liebt, also sie singt und hat eine große Liebe zur Bluesmusik und das ist so ein spannender Gegensatz oder eine spannende Ergänzung. Ich finde auch zum Beispiel, wie sie mit ihrem Hund umgeht, gibt der Figur sofort mehr Tiefe, ihre Gefühle und ihre Beziehungen mit diesem jugendlichen Mädchen, was sie zur Adoption freigegeben hat. Das war so vielfältig, dass ich von Nora Watts völlig überrascht und umgehauen wurde. Und was ich auch ziemlich gut fand und das macht mir Hoffnung für den Rest der Reihe, ist, dass der Radius der Geschichte, also dieser Entführung und was damit alles zusammenhängt, relativ groß ist. Also es ist nicht einfach nur, oh, das passiert an der nächsten Straßenecke und man muss halt irgendwie herausfinden, was passiert ist, sondern es gibt Akteure, die einen großen Radius haben, die so im Hintergrund die Fäden spinnen und so weiter. Also es hatte einfach einen relativ großen Radius. Ich weiß nicht, wie ich das besser ausdrücken kann. Und deswegen werde ich dann in der Reihe um Nora Watts definitiv weiterlesen, denn Untiefen hat mich schon mal positiv überrascht. In dem Video, wo es um neu entdeckte Autorinnen und Autoren aus dem vergangenen Jahr geht, habe ich euch mal wieder von Ruby Dixon vorgeschwärmt. Das mache ich jetzt hier nicht nochmal. Ich finde ihre Bücher weniger schrottig, als man erwarten könnte. Es sind ja erotische Liebesromane zwischen Alien-Männern und Menschenfrauen. Und das klingt völlig bescheuert und abgespaced. Und das ist es teilweise auch. Aber die Geschichten nehmen sich selber nicht ernst. Also die Autorin weiß das, dass das eine echt schrottige Ausgangslage ist. Und es hat trotzdem immer auch spannende Themen im Hintergrund, zum Beispiel Selbstbestimmung und so weiter. Ich hatte nicht so viel Tiefgang erwartet und dass tatsächlich starke Frauen immer so im Fokus stehen und vielleicht auch manchmal schwache Frauen, die erst Stärke erzielen müssen, entwickeln müssen. Also wenn euch ein bisschen mehr meine Schwärmerei zu Ruby Dixon interessiert, dann könnt ihr ja mal in das Autorinnen und Autoren Video gucken. Für mich waren die Bücher von ihr definitiv eine Überraschung. Dann habe ich Strange the Dreamer von Laini Taylor im vergangenen Jahr gelesen und war vor allen Dingen in einem Aspekt positiv überrascht. Ich hatte mich darauf eingestellt, dass ich das mögen würde. Es geht ja um den Bibliotheker Laszlo Strange, der bei einer Exkursion teilnimmt in eine Stadt, aus der man seit Jahrzehnten nichts mehr gehört hat. Also der Kontakt dorthin ist abgebrochen. Man weiß nicht, was dort passiert ist. Und es wird eine Gruppe zusammengestellt, die dorthin reist. Und er als Bibliotheker ist Experte, was diese Stadt angeht. Und vielleicht kann er dabei helfen, die Stadt zu retten. Und das ist so ein Jugend-Fantasy-Buch, was vor allen Dingen bei amerikanischen Booktuberinnen in den letzten Jahren ständig in die Kamera gehalten wurde. Vielleicht jetzt nicht mehr so, aber als das aktuell war. Und es klang toll und ich mag das, wenn Leute schwärmen und lass mich dann auch anstecken. Und es war irgendwie für mich im Kopf klar, die Geschichte wird bestimmt total überzeugend. Was mich dann positiv überrascht hat, war nicht nur die Geschichte. Die hat eingelöst, was ich erwartet hatte, sondern der Schreibstil. Es geht viel ums Träumen und was man in den Träumen erleben kann. Und dass manche Träume sich fast echt anfühlen. Andere Träume dann wieder sehr surreal sind. Und das schlägt sich auch in der Sprache nieder. Also wie bestimmte Dinge beschrieben werden, wie bestimmte Eindrücke, Sinnes-Eindrücke beschrieben werden und so weiter. Und auch wie die Stadt beschrieben wird. Also ich habe mir da so eine 0815-Stadt-Fantasy-Stadt vorgestellt. Das ist sie nicht. Und wie das beschrieben ist, das hatte diese traumhafte Qualität, um die es auch inhaltlich geht. Und die hat sich eben auch sprachlich niedergeschlagen. Das fand ich schon ziemlich überzeugend. Und das hatte ich nicht erwartet. Deswegen eine Überraschung. Überrascht war ich auch von Unsere Seelen bei Nacht von Ken Tariff. Ich würde das jetzt final mal nicht als Jahreshighlight bezeichnen. Es ist schon ein eher eigenbilliges Buch. Aber ich hatte relativ niedrige Erwartungen. Es geht um Eddie und Louis. Beide sind Senioren, die ihre jeweiligen Ehepartner verloren haben. Und leben in Nachbarschaft zueinander. Und es ist dann so, dass Eddie Louis anspricht, ob die beiden nicht nebeneinander schlafen wollen, weil sich beide irgendwie einsam fühlen. Und in diesem Nebeneinander schlafen kommt Nähe. Und die erzählen sich aus ihrem Leben und so weiter. Und die Ausgangslage klingt toll. Aber mein eigenes Vorurteil war, dass das im Diogenes Verlag erschienen ist. Ich hatte mich ein bisschen auf was Hochgestochenes eingestellt und ein bisschen was literarisch Wertvolles. Und ja, habe das mal so mitgelesen. Das war eine Leserunde, an der ich einfach teilnehmen wollte. Und ich war dann überrascht davon, wie emotional involviert ich dann war. Das ist ja nur ein kurzes Büchlein und es ist schon eigenwillig geschrieben. Vor allen Dingen, was die Dialoge angeht. Und es gibt eigentlich bis zum Ende nicht einen wirklichen Plot, sondern es geht nur um die Annäherung zwischen den beiden. Aber die war dann so intensiv. Und ich konnte mir diese Stimmung so toll vorstellen, wenn man das Licht schon ausgemacht hat und dann so in die Dunkelheit noch miteinander spricht, wie innig sich das anfühlt und so weiter. Das war so intensiv. Das hatte ich echt nicht erwartet. Und auch das Ende hat dann sozusagen alles, was man vorher schon an Bindung aufgebaut hat, noch mal bedient. Ich fand es sehr lohnenswert zum Schluss, was die Emotionen beim Lesen angeht. Ja, und das hatte ich nicht erwartet. Was ich auch nicht erwartet hatte, war die thematische Tiefe in das Flüstern von Tinte auf Papier von Lindsay Harrell. Gleiche Leserunde, bei denen lese ich einfach immer alles mit, nämlich Sarah-Sophie und Eva vom Kanal Herz auf der Zunge. Wir lesen jetzt schon seit anderthalb Jahren. Wow. Ja, in der Dreierkonstellation immer wieder Bücher zusammen. Und das sind immer spannende Bücher. Wir hatten bisher echt wenige Flops miteinander. Voll gut. Aber ja, das ist einfach immer sehr intensiv im Austausch. Und meistens sind das Bücher, zu denen ich alleine nicht gegriffen hätte. Und das ist bei Das Flüstern von Tinte auf Papier auch so gewesen. Das klang von der Ausgangslage her wie ein klassischer Frauenroman. Also es geht um Sophia, die von Arizona nach Cornwall zieht, um den Verlust ihres Verlobten zu überwinden. Der war übrigens gar nicht so nett. Also der ist verstorben, aber da liegt auch noch ganz viel anderes Trauma vergraben. Und sie trifft in Cornwall auf Ginny, die ebenfalls gerade eine Trennung hinter sich hat und gleichzeitig auch für das Überleben ihres Buchladens kämpfen muss. Und dann finden die beiden heraus, dass ein Notizbuch, ein historisches Notizbuch von einer Gouvernantin namens Emily vielleicht beiden helfen könnte. Auf der einen Seite löst es ein, was ich mir als Frauenroman vorgestellt hatte. Es ist leicht verdaulich geschrieben, es ist in manchen Stellen ein bisschen vorhersehbar, aber das fand ich nicht schlimm, weil das Buch nicht so tut, als wäre das jetzt der größte Twist oder die größte Überraschung oder wie auch immer. Sondern es ist einfach sehr alltäglich erzählt, auf eine schöne Art und Weise. Was ich nicht erwartet hatte, war, dass es im Fokus viel um Heilung geht. Und um Selbstheilung und um darum aber auch Hilfe, um Hilfe zu bitten. Es ist an vielen Stellen christlich gefärbt. Also wie kann Glaube auch dazu beitragen, dass man sich irgendwie besser fühlt? Und das war irgendwie, ja, thematisch hatte ich diesen Tiefgang gar nicht erwartet und fand das dann sehr, sehr schön und auch den Austausch einfach sehr schön, weil solche tiefgründigen Themen natürlich im Austausch immer dann auch für tiefgründige Diskussionen sorgen. Als Vorletztes hat mich direkt am Anfang des Jahres, so schreibt man Liebe von Kate Claiborne, ziemlich überrascht. Das ist kein herausragender, super besonderer Liebesroman. Der hat vor allen Dingen einfach meinen Geschmack getroffen. Das war aber nicht der Überraschungseffekt. Es geht um Meg, die ist Handletter-Künstlerin, also sie ist so Kalligrafie-Expertin und wird zum Beispiel engagiert, um Hochzeitseinladungen zu gestalten und so weiter. Und sie versteckt in ihren Werken immer kleine Botschaften. Und das hat sie vor einem Jahr auch schon gemacht. Da hat sie nämlich in das Hochzeitsprogramm eines Paares den Hinweis versteckt, dass sie diese Hochzeit für einen Fehler hält. Und ein Jahr später taucht der Bräutigam von damals bei ihr auf. Er hat nämlich den Code mittlerweile geknackt und will wissen, woher sie wusste, dass diese Hochzeit scheitern wird. Und zwischen den beiden entsteht dann Nähe. Und es ist vor allen Dingen schön, wie die beiden sich wirklich langsam näher kommen. Es ist am Anfang relativ melancholisch. Der Reed kämpft noch damit, dass diese Hochzeit geplatzt ist. Mac kämpft gerade mit einer kriselnden Freundschaft. Beide gehen damit um, ob sie sich in ihrem Leben gerade an diesem Ort überhaupt wohlfühlen und so weiter. Die machen tolle Stadtspaziergänge durch New York mit dem Fokus Schriftzüge. Natürlich, weil Mac sich damit auskennt. Also die laufen durch die Stadt und sammeln verschiedene Schriftzüge. Das fand ich eine total tolle Idee. Es ist völlig solide und genau mein Geschmack, was den Liebesroman-Aspekt angeht. Was ich so überraschend fand, war, dass ich dieses Buch nicht auf dem Schirm hatte. Im Liebesroman-Bereich kenne ich mich echt gut aus und habe auch auf dem Schirm was als nächstes erscheint und was potenziell gehypt werden wird. Und ich kriege halt mit, was amerikanische Booktuberinnen so auf dem Schirm haben und so weiter. Und dieses Buch war völlig überraschend auf meiner Wunschliste aufgetaucht. Ich glaube, Goodreads hat mir das mal vorgeschlagen oder so. Und ich hatte das einfach nicht auf dem Schirm. Und das ist was Ungewöhnliches bei mir, zumindest im Liebesroman-Bereich. Allgemein ist das ein Liebesroman, der relativ unterm Radar fliegt. Also der wird zwar gut bewertet, aber nicht viele Leute reden darüber oder zeigen den in Videos oder wie auch immer. Ich finde den sehr empfehlenswert und es war eher eine Überraschung, dass ich den nicht so auf dem Schirm hatte. Als letztes wollte ich euch noch von Unorthodox von Deborah Feldman erzählen. Vor allen Dingen, was mein eigenes Leseempfinden angeht. Denn das war eher der Überraschungseffekt. Nicht so richtig, das Buch an sich. Ich lese ja sehr, sehr selten Sachbücher und habe da auch irgendwie so einen inneren Widerstand gegen. Und ich habe das in einer Leserunde gelesen in einem Buchclub und wollte da einfach mitlesen. Das scheint ja häufiger der Fall zu sein, dass ich einfach mitlesen will. Und das ist aber ganz gut, weil ich dann oftmals aus meiner Komfortzone rausgehe. Und bei Unorthodox war das eben auch so. Das ist ja die Geschichte einer jungen Autorin, also autobiografisch, die in einer streng jüdisch-orthodoxen Gemeinde in Brooklyn aufwächst. Sektenähnliche Gemeinde. Und wie es dann dazu kommt, dass sie sich dort irgendwann nicht mehr wohlfühlt und aussteigen will. Zum einen hat mich persönlich überrascht, wie gut ich das lesen konnte, weil ich eben oft diesen Widerstand habe, ich will eigentlich lieber Fiktion lesen und lieber einen Roman und das fühlt sich jetzt zu echt an und wie auch immer. Und ich fand es einfach sehr atmosphärisch. Und was mich noch viel mehr überrascht hat, war, ich wusste ja nun, wie die Geschichte ausgeht, dass Deborah Feldman dort aussteigen kann und dass es dann zu diesem Ausstieg irgendwann kommt. Und dass es natürlich auch zu dem Punkt kommen muss, an dem sie sich dort nicht mehr wohlfühlt und an dem sie sich sehr, sehr eingeengt dort fühlt. Und entsprechend war ich tatsächlich überrascht, wie positiv die erste Hälfte war. Also natürlich wird schon gezeigt, wie streng diese Gemeinschaft ist und wie gnadenlos die teilweise miteinander umgehen. Aber gerade in der ersten Hälfte geht es sehr, sehr viel um die Strukturen der Gemeinschaft, um das Essen, um die Glaubenskonventionen, um das Schulsystem und so weiter. Und das ist natürlich aus der Perspektive von heute geschrieben. Deborah Feldman hat natürlich mittlerweile Abstand zu dieser Gemeinschaft. Aber ich finde, sie hat eine gute Gratwanderung hingekriegt, ihre Kindheit auf eine positive Art und Weise zu zeigen und das Zweifeln und das Unwohlsein erst zu einem späteren Zeitpunkt einsetzen. Und deswegen fand ich diese erste Hälfte so faszinierend, einfach dort diese fremde Welt auch gezeigt zu bekommen. Und das hatte ich eben nicht erwartet, dass es nicht schon am Anfang losgeht mit wie furchtbar die alle sind, obwohl man das natürlich auch hätte erzählen können, sondern dass die erste Hälfte eher sehr, sehr atmosphärisch war. Genau, das hat mich überrascht. Und das war jetzt dann auch schon mein letztes Überraschungsbuch im vergangenen Jahr, was ich euch vorstellen wollte. Ich bin sehr gespannt, welche Bücher euch überrascht haben und ob das gleichzeitig auch Jahreshighlights sind oder ob dann vielleicht doch ein paar Schwächen dabei waren, wie auch immer. Ich bin sehr gespannt auf eure Kommentare und wünsche euch, wie gesagt, nochmal, jetzt habe ich dreimal, wie gesagt, gesagt, ich wünsche euch ein frohes Weihnachtsfest und freue mich sehr, dass ihr immer so regelmäßig in meine Videos schaut und so regelmäßig kommentiert. Dann sehen wir uns in einem meiner nächsten Videos. Macht es gut. Tschüss. Musik Musik Cheese Musik Untertitelung des ZDF, 2020